Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es geht nicht da vorne. Dieses Rennen ist noch lange nicht vorbei. Du Bastard! Das ist überfahrt hier von Ancelo. Wer braucht Mikey dann? Dein Ersatz ist hervorragend! Oh Mist! Tommy Angelo ist in Führung! Der Erster rast in seine zweite Runde! Lichtenbergsabgang hat das Rennen angestachelt! Alle riechen den Sieg! Tommy Angelo in Führung! Doch wie lange noch? Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpfen nun die ersten drei von die Führung! Paila! Anderson! Angelo! Sie alle haben Chancen denn es ist noch günstig! Zeig! Neuzugang von Angelo ist immer noch an der Spitze. Die Fahrer an der Spitze sind in der letzten Runde. Bald ist der Brenn gelaufen, Leute. Angelo ist noch an der Spitze. Kann er die Führung halten? Haha, bis dann! Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Angelo kommt zurück an die Spitze. Kann er die Position halten? Wer kann den Führenden von der Angelo noch einholen? Seht ihr hier das Sieger-Trio oder kann noch jemand anders glätzen? Anderson und Garcia an zweiter und dritter Stelle. Warten auf einen Fehler von Angelo. Angelo. Gerne. Geh. Grüß Gott. Ja, klasse. Hey, Tommy. Da kommt unser Sieger. Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte sechs Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lukas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar. Danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig ratzen. Was ist mit dem Europäer? Der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier. Du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Aus trinken, Jungs. Du hast dein Mädchen, oder? Gib nicht alles für schnauze Hunde raus. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber vielleicht kaufe ich meiner Mama was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt. Also, du zahlst. Ach, oh. Ja. So. Jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauly. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. Der ist so betrunken. Mein Held. Du bist ein Naturtalent, Tom. Hast du Pauly gesehen, Vin? Er wollte was essen, um den Alkohol aufzusaugen. So große Cannolis kann es gar nicht geben. Das wär's für dieses Jahr, Leute. Die Strecke ist bis sechs offen. Bitte geht, wenn ihr aufgefordert werdet. Pauly und deine Kumpels haben eine halbe Bar leer gesoffen. Hast du ihn gefunden? Sie sah so einfach bei dir aus, Tommy. Als das hier vor zwanzig Jahren anfing, sind die meisten nicht mal ins Ziel gekommen. Ach, der Motor macht die Magie, Ralf. Ich hab nur gelenkt. Hey, Pauly gesehen? Wollte was zu essen holen oder so. Okay. Hab Spaß. Werde ich, Tom. Danke. Der Sieg hat meiner Tochter ein ganzes Jahr Schule ermöglicht, Tom. Hey, alles für die Colettis. Ah, genieß den Moment. Aber kümmere dich um Pauly, bevor er sich und die Familie blamiert. Sonst klingt der Tag des Bosses unschön aus. Keine Sorge, Frank. Ich werd ihn schon finden. Mit vollen Taschen feiert es sich halt am besten. Ich muss morgen eigentlich früh raus. Ach, egal. Das LHPD hat mich gebeten, alle Besucher zu erinnern, dass der Verkauf und der Genuss von Alkohol untersagt sind und straßrechtlich verfolgt werden. Vielen Dank. Zum ersten Mal beim Rennen? Letztes Jahr konnte ich die Motoren von zu Hause aus hören. Näher war ich noch nie dran. Die wollen uns vor Sonnenuntergang raus haben, aber ignoriere sie. Die Party hört nicht auf. Wie lief er nach dem Aufmotzen? Wollte fünfmal ausbrechen. Hab's aber geschafft. Hast du Pauly gesehen? War vor fünf Minuten hier. Sah aus, als hätte er zu viel am Fass geschnüffelt. Klingt nach ihm. Danke, Lucas. Kann es rennen, Tommy! Top Rennen, Mann! Ha, ha! Als du das letzte Mal so gefahren bist, war das mit Kanone am Kopf. Du meinst, da war heute keiner? Hehe. Wenn unsere Seite der Stadt in Geld schwimmt, bist du sicher. Hey, hast du Pauly gesehen? Ziemlich besoffen. Läuft seitwärts. Hab's gehört. Und noch einmal die Bitte. Geht, wenn ihr aufgefordert werdet und haltet euch von... ...ilegal und ganz entfernt. Nicht wie letztes Jahr. Dieков macht gut. Und das Hohnsack? Wie macht der Vogel? Keine Ahnung, aber der Wachmann da hinten sagt, du sollst nach Hause gehen. Der Kerl ist ein Arsch! Soll mal Respekt zeigen! Stimmt, aber ich finde auch, du solltest heimgehen, bevor du im Dreck verschimmelst. Okay, ist wohl besser. Los geht's, Großer. Du warst toll heute, Tommy, mit dem, mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Polly? Ich sagte, der kann fahren. Don Sayeri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Du lässt mich alt aussehen, Tom. Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du warst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam halten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich hab schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen drin. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt. Wie du. Du bist wie ich. Kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Und gehst nach Hause zu... zu wem auch immer der einem geht. Pauly, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deine Twillen. Ja, du hast recht. Hast dir recht. Tom, ich frau eine Frau. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zum Blue Trafix. Weiß nicht. Ich sollte dich heimbringen. Die Brücke. Nimm die Brücke zur Insel. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zu den süßen Schnecken. Nein. Dich nach Hause zu fahren klingt... stilvoller. Okay. Das ist was. Oh, Mann. Du solltest mal die Puppen sehensauen. Ich überlasse es dir, mit den Haifischen zu schwimmen, Pauly. Du musst mir schon sagen, wo zur Hölle ich hinfahren soll. Das weißt du nicht? Oh, zu Hause. Du hast mich heimgebracht. Vielleicht... Vielleicht ist das... Gute Idee. Ja. Okay. Ich bin mal... Träumschön, harter Kerl. Ich werde... Ja, ja... Ja, ich... Ich spüre mich nicht so kurz. Ich bin... Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Äh, Tom... Bevor du gehst... Ähm... Tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam's so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist... Sie ist zäh. Aber... Es sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten. Katibi Ragazzi. Miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah... Sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest... Sollte klar sein, dass sie die Padendochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Hm. Bene. Sarah! Wir machen zu! Was wird das? Ähm... Tom... Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut. Wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hol mein Mantel. Ich warte draußen. Alles gut? Mich muss niemand nach Hause bringen. Hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Na dann. Und... Vielen Dank. Wenn du dich auf sabes value次ge riktheim laufen hast. Ich hab sie auf. Ich hab es bei dir schlafen. Und du meinst. Oh. Dein de informed sich Ihnen. Ach Gott. ねぇ. Du kommst! Du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Fände Paulie nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Sarah! Ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Jedenfalls, es wird kalt, Juliette. Wir sehen uns in der Kirche. Okay. Einen schönen Abend. Nacht. Buena notte, Tommy. Mama! Dein Engel Sarah kommt mit mir essen. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Ist da eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Geh bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist, schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, stimmt wohl. Blumen für die Dame, Signore. Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Hm. Könnte passieren, wenn Papst mir die Verabredung nicht verbietet. Ich смотрите weiter. Blumen dafür, ich rufe dich von einem们, wenn dir ein AbBabyarsch aufnehmen gehen. Ja, ich versuche es, ich rufe dich von mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr Nieten passt lieber auf, sonst ist ihr für euch Endstation Das ist eure letzte Chance Wir kennen dich Wir wissen, für wen du arbeitest Salieri war vielleicht früher eine große Nummer Aber das ist lange vorbei Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert Ich brauche weder Salieri, noch sonst wen Nicht für das Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner Wo gehst du hin, Süße? Hattet ab! Billy hat recht, du bist ein ziemlicher Feger, hm? Bleib weg von mir! Du solltest dich nicht wegschauen, abgeben Stell den Arm, ich will Blut sehen Endlos, was? Hast mir das, du bist tot! Du verschwörst deine ZDF, sagen Du brauchst einen echten Mit einer Lady wie mir Willst du dich nicht anlegen? Was glaubt der will? Bleib weg von mir! Hau ab! Hände weg von ihr! Nee! Tommy! Ich bin dran Bist hoffentlich besser als deine Freunde Das hier hab ich drauf Du Bastard! Du hast einen guten rechten Haken Das geb ich zu Du blutest Komm mit zu mir Ich seh's mir an Was ist? Kommst du ran? Lässt dich verarsten? Du bittest mich wirklich rein? Keine Almosenschläger Ich flicke dich nur zusammen Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch Ich hol Nadel und Faden Sieht nicht so schlimm aus Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut Du musst das nicht machen Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom Wenn du mir was vorspielst, kann Pauly dich zusammen tackern Was hast du? Mit Grüßen vom Don Noch einen Okay Dann Zähne zusammenbeißen Ja, wird schon gehen Gut Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert Mach einfach schnell, ja? Es braucht so lange es braucht Schludrige Stiche machen hässliche Narben Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht Er kann Tellern gut ausweichen Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst Direkt durch die Hand Warum? Darum Sie war eine garstige Trinkerin So Nicht perfekt, aber Es wird halten Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich Du bleibst hier Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten Ja, okay Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein Und die Heizung ist aus So geht's So geht's Das kann ich nicht hinnehmen Sarah geht's gut, Boss Hab mich drum gekümmert Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen Ich habe keine eigene Tochter, Tom Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun Ich auch Würden wir alle Stimmt, Boss Wir würden alles für die beiden tun Glauben diese Bastarde, dass hier wäre der Lunapark oder sowas? Ich weiß, sie eigenhändig in Stücke Schutz ist unser Geschäft Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion Recht ihnen jeden einzelnen Knochen Macht sie zu Rollstuhlfahrern Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen Dann weiß Big Biff was Tommy? Geht zu Vinny, hol ein paar Sachen Wir treffen uns bei Biff Ja, okay Lasst diese Ratten auf der Straße liegen Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen Geht klar, Boss Ein paar dieser Bastarde könnten noch in der Gegend sein Ich sehe mich um Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist Gute Jagd Dir auch Okay, wir treffen uns in Chinatown, wenn du mit Vinny fertig bist Klar Schlagen wir ein paar Schädel ein Respektlosen Gammler Wo ist der Respekt in dieser Stadt, Frank? Kerle rufen Sarah auf der Straße hinterher Vom Corleone kommt kein Geld mehr Morello schnappt sich mein Profil, sobald ich mich umdrehe Wo soll das noch enden? Wir haben alles unter Kontrolle Alles wird unter Kontrolle sein, wenn wir diesen Kerlern die Köpfe einschlagen Wir haben alles unter Kontrolle sein, wenn wir diesen Kerlern die Köpfe einschlagen Damit ich unter Kontrolle staan Bescheid Gott sind, wenn du den Kerlern die Köpfe einschlagen sehr schnell flיה Wäre ich jünger, würden diese Männer unter der Brücke treiben. Kehlen durchgeschnitten, Fischfutter. Wir bringen ihnen Respekt bei. Keine Sorge. Bei dir mache ich mir nie Sorgen. Aber sag Sarah nichts. Das geht sie nichts an. Nicht mehr. Willst du was essen, Tom? Nee, der Don hat Arbeit außerhalb der Stadt für mich. Keine Sorge. Ich stelle es warm für dich. 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 Hab hier ein Auto für dich, Tom. Hey, hey! Brauchst du ein paar Eisen, Tom? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Die hat von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn aber. Für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden Sie nicht. Danke, Vinny. Riech ein paar Knochen, Tom. Das ist ein paar Knochen. Das ist ein paar Knochen. Das ist ein paar Knochen. Man kann ja nicht mehr. Das ist ein paar Knochen. Das ist ein paar Knochen. an wem das Viertel gehört. Wenn wir die Schläger nicht ruinieren, sollten wir... Ich habe gehört, es gab Probleme mit ein paar Pennern. Die bei Sarah? Machen sie dir auch Ärger? Denk schon. Wenn auch nicht, dann irgendwann. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Solche Typen wird es immer geben, Tom. Wenn du nichts mit ihnen zu tun haben willst, kannst du gehen. Aber einer wie ich? Deshalb bin ich hier drin. Bin an ein paar neuen Wagen dran. Gute Modelle, wie Sander mehr. Jetzt, eine Newsreport auf den Riesen-Krime-Figuren und die Reaktion von der Gouverneur's Mansion. The numbers state in Black and White that crime is on the rise all over the state. Many commentators are blaming the rise in criminality. Hier, there was a sharp increase in the number of gang-related incidents. And the chief of police was moved to create a gang task force, known informally as the Rat Catchers. But Governor Wells, who has... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. One thing is certain, however, and that is the current levels of crime are out of control. Join me for another news bulletin later. Now I believe we have some more musical numbers. Broadcasting live. One thing is... Let's go. 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 Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch. Bitte. Also, was gibt's? Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenn ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen. Äh, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Poli. Wegen der Kohle. Entspann dich. Ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenn jemanden mit ner Lieferung Anzüge. Top Dinger. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus nem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Horbrook. Weiß der Don davon? Ja, ja. Er bekommt seinen Anteil. Er hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Da ist es. Das Ganze läuft so. Ich geh rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Ich glaub, wir müssen zur Seite rein. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Der beste Hintern, den ich je gesehen habe. Billy, das ist der Kerr von neulich. Wir müssen weg. Schnappt ihn euch! Ich werde dir zeigen. Überleg es dir das nächste Mal gut. Warum legt ihr euch nicht mit uns an? Wir müssen hier alle knacken. Geld! Schnappt ihn! Du bist eine Miete! Fendt das alles! Das tut weh! Los, die Pänner machen eine Lektion! Kletter rüber! Lass die Binnen nicht schnappen! Geh hinter ihm! Was ist er? Mumm, hierher zu kommen! Ihr werdet hier sterben! Wisst ihr das? Er ist ein Bundeshof! Er will's nicht anders! Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich nehme Norden, du Süden. Ich gehe hoch, du gehst da durch. Okay, klar! Billy, wir müssen weg! Jetzt! Wir kommen! Los! Hürde erst mir! Los doch, ihr Schweine! Machen wir den Boden um sie! Wolfe, will die auftauchen! Er ist die anderen Versager. Mach sie alle! Die letzte Nacht, erledigt. Kommt noch mehr von denen! Spindet wir! Schmutzlitte, pass auf! Er ist erledigt! Schmutzlitte, pass auf! Schmutzlitte, pass auf den Monokor! Ja, pass auf! Wir haben Verstattung geschehen! Stopp, drück! Räuchte! Wir schießen doch nicht! Oh Mann, oh Mann! Leise! Ich laufe nach! Bring mir den Kanal in die Luft! Tavi! Hilfe! Du hältst dich aus! Das war's. Scheiße, wir müssen zum Wagen, Tom. Hau ab! Los, wir müssen dranbleiben! Ich muss nachladen! Vorsicht, Tom, die Straße schwimmt! Keine Sorge, ich hab's im Griff. Sie haben Verstärkung gekriegt! Ich lade nach! Schläbst du am Steuer? Bist du wahnsinnig? Da lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann's förmlich hinten aus dem Auspuff Tropfen sehen. Wer von wem? Lade nach! Wir werden bereuen, Sarah jemals belästigt zu haben. Was? Ich lade nach! Ich lade nach! Das waren alle! Dämlicher Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen sie sich nicht mehr. Mach' ihn alle, Tom! Mach' ihn alle, Tom! Kein Mitleid für diese Tiere! Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen! Du musst sofort abdrücken! Die ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Und... Das war so. Ich lade nach! Ich lade nach! Ich lade. Ich lade nach! Ich lade nach! Ich lade mich. Ich dachte nur, ey, lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja? Kleine Straße Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Nur Glück. Ich geb dir die Chance für eine Revanche. Machen Sie mit, Boss. Es geht ums Geschäft, Pauly. Jetzt machen wir mit. Einer unserer Männer beim Leichenbeschauer hat das geschickt. Die Leiche heißt Gilotti. Erkennt ihr ihn? Klar. Eine der Ratten, die wir weggejagt haben. Wie kommt die Kugel in seinen Kopf? Ja, haben ihn gekillt. Die Cops sollten dankbar dafür sein. Der Kerl war ein Vergewaltiger. Ja? Nun, er war auch der Sohn eines Stadtrats. Wenn ihr Politiker in Morellos Arme treiben wollt, geht das am einfachsten über tote Verwandte. Oh Gott. Es wird besser. Der andere Kerl im Wack? Ja. Der war tot, als wir ankamen. War das etwa der Neffe des Präsidenten? Zwei in den Kopf, Pauly. Du solltest deine Arbeit richtig machen. Er hat's geschafft? Ja. Eine Woche in St. Mary's, aber er ist durchgekommen. Aha. Wird er einen von euch wiedererkennen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Okay. Gut. Wir erledigen zwei Fliegen mit einer Klatsche. Gilottis Beerdigung ist heute in St. Michael's. Sam, du bist auch dabei. Du sitzt hinten und hältst nach dem Glückspilz Ausschau. Wie erkenne ich ihn? Er hat sich gerade aus einem Autowrack gerettet. Gebrochene Arm. Schau nach einer Schlinge. Sam wird etwas Ablenkung brauchen, wenn er die Soarhai aufwischt. Tommy soll seinen Pinsel eintauchen? Ein Bordell? Ein Herrenclub. Die Straße runter von St. Michael's. Der Don hat im Laufe der Jahre viel Geld dort investiert. Schick mich und Sam. Dennoch hat sich der Besitzer plötzlich entschieden, lieber mit Morello Geschäfte zu machen. Soll ich ihn an seine Verpflichtungen erinnern? Ja. Und dann jag den Laden in die Luft. Was? Wenn Morello unsere Kunden haben will, hinterlassen wir Krater. Pass auf, Tom. Die Damen dort kennen Polly und Sam schon viel zu lange. Sie kämen nicht mal durch die Tür, aber du gehst einfach rein. Okay. Was ist mit dem Manager? Kümmer dich vor Ort um ihn. Sollte eine Hure was sehen, dann ist sie gewarnt. Sobald er erledigt ist, gehst du rauf in sein Büro. Käuf dir alles an Dokumenten und Geld und dann platzierst du den Sprengstoff. Vincenzo besorgt dir alles, was du brauchst. Und die Explosion ist groß genug für eine Ablenkung? Ja. Aber sei schlau. Schieß nur dann, wenn du absolut sicher bist. Tommy, da ist noch was. Eins der Mädchen informiert Morello über unsere Operationen. Bevor du den Laden hochjagst, musst du dich auch um sie kümmern. Tommy soll eine Braut umlegen? Mann, Frank. Das ist einfach Pech, dass Tom das machen muss. Aber wir müssen die Familie beschützen. Sie heißt Michelle. Sie arbeitet in einem der oberen Räume. Ihr Bild ist im Ordner. Haben alle alles verstanden? Ja. Tom! Geht klar, Boss. Dann erledige das. Jetzt gehen wir. Ich glaube an ihn. Schauen wir, was passiert. Dann machen wir, was passiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020